Experten, Redaktionen und unsere Insider checken das Überraschungsteam der letzten Saison. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute ist alles VfB wie eine Lawine. Let's da go! Kessem am Mike, klick mal auf Like. Bist du der Babo? Klick mal auf Abo. Teil 1, Rückblick. Yeah, und damit gehen wir rein. Ein VfB kam aus der Relegation in Hamburg, gibt dann Abwehrbiest Mavropanos, Flankengott Sosa und Anführer Endo ab. Und alle VfB-Fans waren eigentlich schon auf Nicht-Abstieg getrimmt. Ein wichtiger Mann kam aber schon im April 2023, Sebastian Hoeneß. Exemplarisch die Spiele für mich gegen Leverkusen, das waren für mich die geilsten Spiele der letzten Saison. Period. Das ist so. Hoeneß führt Stuttgart zu dominantem Fußball, bildet mit Neuzugang Stiller seinen perfekten Kingmaker aus. Die beiden arbeiten nämlich schon länger zusammen, siehe Bayern 2 und auch bei der TSG aus Hoffenheim. Und diesen dominanten Fußballstil, den sehen wir auch in den Statistiken und das zeige ich euch mal hier. Ab geht's. Da starte ich direkt mit dem Ballbesitz. Ja, also das Zentrum des Spiels und auch des Erfolgs für den VfB. Für dominanten Ballbesitz, nämlich 58 Prozent. Das war Platz 2 in der Vorsaison. Dafür braucht es Spieler, die erstmal ballsicher sind, aber auch genau wissen, was sie in dem entscheidenden Moment mit dem Ball tun müssen. Und mit Stiller und Karasor hat Hoeneß hier das perfekte Duo geformt. Sie waren auch das perfekte Bindeglied. Wohin? Genau, nach vorne. In einer Offensive, in der es für Kreativität, es war das oberste Regal, was der VfB hier bediente. Die Spielfreude von Führig, Undav und Girassi, später dann auch Mio und Leveling, war zum einen ansehnlich, aber zum anderen erfolgreich. Und das ist dann auch irgendwie das Geile, was hier passiert ist beim VfB. 78 Tore, das war die drittbeste Offensive. Hilft natürlich, wenn du dann auch noch die XGs mit 7 überperformst. Und Girassi, ersten 9 Schüsse waren drin. Auch die Doppelspitze mit Undav hat perfekt harmoniert. Und diese Wellenbewegung, von denen Sven auch immer im Gamechanger schwärmte, im Offensivspiel mit dem Fallenlassen eines Stürmers. Und dann rollte der VfB-Tanker von links und rechts nach vorne. Klarer Plan vereint mit Spielwitz. Es lief alles perfekt. Ich habe nochmal geblättert. 78 Tore hatten sie zuletzt wann? Genau, 96, 97. Also das ist auch schon gute 20 Jahre her. Damals noch mit dem magischen Dreieck. Balakov, Krasimir Bobic und Giovane Elba. Also wirklich hier 20 Jahre Torzahl ist gematcht. Historischer Hoeneß. Frequenz, Schüsse waren sie die drei und Genauigkeit waren sie die zwei. Das würde ich hier nochmal unterfüttern. Die Defensive hat auch gehalten. Insbesondere Nübel und Anton. Wichtigkeit im Spielaufbau hatten wir auch schon in der BVB-Analyse. Die sind hier zu nennen. 39 Gegentore bedeuteten Platz 2 hinter Leverkusen. Richtig starker Wert. Und hier ist auch Mittelstädt zu nennen. Denn er ist in der Bundesliga der Mann mit den meisten Defensivzweikämpfen, die er gewonnen hat, als Linksverteidiger. Und das weiß auch Julian Nagelsmann, als er angesprochen auf den statistisch vier besten Linksverteidiger der Welt hinwies. Zwölf Fehler vor Gegentoren. Also hier muss ich noch einen Negativ-Stat anbringen. Das waren leider die viertmeisten. Und auch bei den Standards haben sie auch immer mal Kuckuck gespielt. Zwei Tore lediglich nach Standards. Das ist auch nur die Nummer 14. Also Gegentore, die Fehler da abstellen und dann die Standards nochmal ein paar Tricks einüben. Aber da habe ich schon den ein oder anderen neuen Standardschützen gesichtet in den Vorbereitungsspielen. Also ist kein Zufall, dass die VfB-Jungs da so weit oben standen, systematisch einfach erarbeitet. Und systematisch gehen wir jetzt auch mal in die Kader-Analyse. Teil 2 Kader-Analyse. Yes, Sir. Und wir sind dabei und wir sind am Start hier. Wir fangen mal an mit den Top-Up-Gängen. Und das sind diese drei Jungs hier. Das ist einmal Ito, Anton und Girassi. Die sind alle weg. Alles ganz klasse Leistungsträger in der letzten Saison gewesen. Da könnte ich mal ganz kurz, packe ich da die Feinde Pro Musik für Ausgeschieden drauf. So sieht es nämlich aus. Und ja, die Innenverteidigung und der Rekord-Torschütze, die sind jetzt gegangen. Und eigentlich wäre der Absturz ja schon vorprogrammiert. Aber wir haben aus der Vorsaison gelernt, dass das vielleicht sogar nochmal extra zusammenschweißt, den VfB und die Mannschaft beflügelt. Denn wir gucken uns einfach mal an, was die so verzapft haben während der Transferperiode. Also da holt man sich erstmal die beiden teuersten Jungs der Vereinsgeschichte. Das ist Dennis Undav, zentraler Part im Stuttgarter Angriffsspiel schon letzte Saison. Und er wurde jetzt als wichtigster Transfer hier erstmal zementiert. Besonders die Connection mit Girassi, die machte die zwei zu einem besonderen Duo der Liga. Eines der besten für mich. Und sie halten jetzt auch den Sturm-Duo-Torrekord beim VfB. Dennis Undav, da müssen wir natürlich auch nochmal einen extra Slide für ihn aufbauen hier. Er ist der Torschusskönig. Der Liga feuert im Schnitt 3,32 aufs Tor. Also keiner kann ihn da schlagen. Er ist einfach die Torschussmaschine. Dann verfügt er über eine enorme Präzision beim Torschuss. Über 70% landen immer auf dem Kasten. Kreierte Großchancen ist er. Die Elf der Liga, auch das ist ein ganz starker Wert. Wir müssen auch immer noch beachten, der kam ja erst im Laufe der Early Season so richtig rein. Von daher ist das umso höher, ihm anzurechnen. Und er hat auch ein ganz feines Füßchen. Sehr gutes Timing, auch bei allem, was er macht. Und dann habe ich noch als letzten Punkt hier. Er ist einfach ein Hammer-Typ. Übernahm ja auch beim DFB auch mal das Video. Also so einen Vlog hat er da ja gedreht. Unbedingt anschauen. Und er ist natürlich auch Feinde Pro Edel Jury Gast. Da cool verpartnert auch mit Dia immer am Start. Und gibt einfach immer gute Vibes auf und neben dem Platz. So, und Feinde Pro ist das Stichwort. Denn für alle, die es nicht kennen, auf jeden Fall nochmal reinschauen. Bei YouTube ist richtig geiles Format. Und da hat sich irgendwann dann auch mal Ermedin Demirovic mal in die Jury dazu gesetzt. Natürlich war da auch Dennis Undaff in der Jury. Also wir sehen hier schon eine Connection. Und das könnte richtig interessant werden. Demirovic, der hat in Augsburg gezeigt, dass er offensiv auch einfach eine Maschine ist. Und eine Mannschaft auch tragen kann. 15 Tore, 9 Torvorlagen, 24 Scorer macht das. Und er war bei 50 Toren von Augsburg beteiligt. Fast 50% Overall-Tor-Beteiligung. Girassi hatte nur 38%. Chabot darf ich jetzt noch nennen hier als besten Luftzweikämpfer. Der wird sich auch mal die Champions League angucken, was er da so wegschädelt. Mit Roho jetzt auch fest aus Toulouse verpflichtet. Da kam jetzt gerade die Meldung rein. Der soll wohl länger ausfallen. Da natürlich auch die Genesungswünsche hier vom ganzen Team. Aus meiner Redaktion hier und natürlich von allen Leuten. Nach Stuggi. Hoffentlich wird der Junge bald wieder fit. Der hat nämlich im Vorjahr echt schon eine richtig coole Rolle da schon gespielt. Und sollte jetzt eigentlich da richtig reinrutschen. Und da wird jetzt erstmal der Backup spielen. Stairju. Stairju ist direkt der nächste Artikel. Auch der fällt aus. Und wir haben jetzt da, ich hab mal gerade rüber geschielt. Und Hendrik sehe ich da. Das ist natürlich auch ein spannender Mann. Den hab ich eigentlich im Talentschuppen erst. Und Yannick Keitel. Auch das sind hier zwei, die sich da jetzt streiten um den RIV-Spot. Stairju wollte ich auf jeden Fall auch noch nennen. Den haben sie auch jetzt festgebunden. 2 Millionen Ausland. Geil. Auch ein spannender Mann. Auch hat schon die U-Nazios durchlaufen in der Schweiz. Also auch richtig cool. Und Zagadu dürfte demnächst auch wieder einkehren. Auch gefühlt Neuzugang nach seiner Verletzungsstrapazen. Baustellen gibt es. Also aktuell jetzt hier zwei kleine. Ansonsten wurde der Kader breit aufgestellt. Eine Menge Potenzial ist hier drin. Da hast du einen Justin Diehl, Voltemade, Keitel, den ich gerade auch kurz angerissen habe. Dazu gleich auch mehr. Angeblich wird noch ein IV gesucht. Das wäre jetzt auf jeden Fall notwendig, wenn man sich jetzt die Personallage hier kurzfristig anschaut. Ja, aber mit Chabot, Zagadu hast du da auf jeden Fall zwei. Jetzt mit Stairju und Ruho hast du jetzt zwei sehr unglückliche Ausfälle. Und Ramon Hendricks steht auf jeden Fall bereit. Er kommt hier von Feyenoord Rotterdam als Neuzugang. Und Elbilal Touré, das ist ein neuer Mann hier von Atalanta. Und auch er ist schon gesichtet worden in Stuggi in Stuttgart und vermutlich wird er eingesetzt. Im Sturm kann da aber auch flexibel eingesetzt werden. Auch über die Außenbahnen. Rechts, außen, links, außen. Und physisch sehr, sehr starker Mann. Er ist schnell, er ist reaktionsschnell wie ich. Und er hat eine Kopfballstärke, Kopfballwucht. Lässt sich gerne auch mal fallen. Hat einen guten Blick auch für die Mitspieler. Könnte ein richtig cooler, interessanter, entwicklungsfähiger Spieler sein da im Sturm. Und Sebastian Hoeneß ist da ja auch immer gewillt, die zu Top-Profis auszubilden. Dennoch mal, erstmal hier mit Vorsicht. Hier ist noch kein Papier unterschrieben. Er hat in keiner Saison auch bisher mehr als 10 Scorer. Aber vielleicht macht ihn ja die Schwaben-Power. Beflügelt ihn. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ist erstmal auf jeden Fall eine coole Alternative zu dem Offensiv-Quartett. Talentschopen, let's go. Wir haben hier Justin Diehl, der ist 19. Der hat schon U17 und U19 Bundesliga hat er gezockt beim FC. Und hat da auch schon richtig, richtig, richtig geiles Zeug gezeigt. Also den finde ich richtig spannend. Auch in der Vorbereitung schon aufgeblüht. Hier ist es gegen Bilbao, habe ich da gesehen. Und ja, sehr wendig, sehr trickreich. Und greift sich auch schon den ein oder anderen spannenden Freistoß. Ja, der ist bereit, den nächsten Step zu gehen. Genauso wie Big Nick, Volte Marde. Ja, für sein Sturmprofil, das passt hier perfekt rein. Besonders die Bälle, die er nach vorne spielt, die kommen gut. Und genau, er hat eine Dribbling-Stärke, bringt er mit. Immer, die hat er immer in der Tasche eine starke Physis. Und er scheut auch keinen Zweikampf. Ist da richtig gut bei Tacklings, bei Blocks und auch Klärung. Also auch ein paar Defensiv-Stats in seinem Schuh. Und ja, hat generell ein sehr breites Profil. War schon für alle Werder-Fans, die kennen den natürlich. Und gerade auch so gefahrerzeugende Dinge, da muss er nochmal eine Schippe drauflegen. Aber hat in den letzten fünf Werder-Games, hat er nochmal schon mal auf sich aufmerksam gemacht. Und hat gezeigt, was da so abging. Auch einen schicken Doppelpack gegen die Gladys. Und dann ist der Talent-Schuppen, Halleluja. Also ey, gimme some more. Also Di Benedetto, 19, mit einer Halbzeit gegen San Frecce, habe ich gesehen. Luca Raimund, auch mit Tor, gegen Kyoto, 19. Ömer Beas, Assist gegen Kyoto, 20. Kretzig, 21. Der wird auch viele Minuten hoffentlich sehen. Ganz spannendes Talent von den Bayern geliehen. Fakir kommt zurück von Elversberg. Castanaras hat auch getroffen in der Vorbereitung. Ist 21, Rida, 22. Also hier ist man super krass loaded mit Talent. Euer Ruho, Leveling, Hendricks sind alle 23. Also hier blüht ganz, ganz viel auf. Und Jungs wirklich mit einer Menge Potenzial. Und jede Position ist eigentlich doppelt besetzt. Und wenn ich euch jetzt noch erzähle, dass Mio auch 22 hier erst ist. Und Stiller, Young King, 23. Also die sind hier schon zu Kings avanciert. Und ich frage einfach nur, who's next? Und das ist erstmal jetzt hier der Coach. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Sebastian Hoeneß. Und er macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Im Variablen 4-2-3-1 oder 4-2-2-2. Das sind so die taktischen Gerüste, die er da an sich nimmt. Der zweite Stürmer, der schiebt dann je nach Bedarf, schiebt er mal nach vorne. Je nach Undaf schiebt er nach vorne. Und da waren Undaf und Gerasi, da waren sie immer sehr variabel. Und haben da wirklich das Spiel der Schwaben auf jeden Fall geprägt. Demirovic, für ihn gilt jetzt dasselbe. Und das kennt er auch schon aus Augsburg. Da war auch immer so ein Satellitenstürmer, der da immer um den Stoßstürmer-Tietz da auch gewerbelt ist. Ballbesitz ist King beim VfB. Sogar mit Style, Spielkontrolle fordert Hoeneß ein. Zentrums Chief, das ist Stiller. An der Seite mit Neukapitän Karasor. Die beiden lenken das Game. Außenspieler werden dann perfekt in Szene gesetzt. Und hier einfach zu nennen Hoeneß clever. Also dann kommt da eine Flanke, die ankommt. Da ist man Platz 3 der Liga oder eine kreative Kurzpass-Variante in den Strafraum. Auch das haben sie immer geil gemacht. Offensive Ballaktion ist Stuttgart nämlich auch die 3 gewesen. Knapp hinter den Bayern. Und Stiller leitet da die viertmeisten Bälle ein. Führig, Mio, Undaf, Demirovic. Da hast du kreatives Werkzeug vorne drin für den Torerfolg. Dann habe ich hier noch die defensive Kompaktheit mit einer schlauen Note. Hier war Anton, der absolute King im Aufbau. Und da die zweitmeisten Pässe gespielt. Deswegen erwarte ich hier wirklich zum Start, dass jetzt Chabot für Rho hier auf jeden Fall die Spielanteile übernimmt. Da eine wichtige Rolle einnimmt. Und Ramon Hendricks natürlich jetzt auch vielleicht eine spannende Personalie. Genauso wie Janne Keitel. Die könnten hier zu richtigen, ja, am Anfang Rho-Pass-Göttern werden, avancieren. Chabot sehe ich hier auf jeden Fall auch wichtig mit seiner Schrankqualität. Könnte aber auch den einen oder anderen Passpunkt sammeln. Wir kommen zum Testspiel-Check. Habe ich mir natürlich auch angeguckt. Mio, trotz Olympia, direkt wieder in der Startelf, sollte er sein. Wir haben ihn jetzt noch mit Alternative drin. Schoss sogar das 1-0 im Olympia-Finale gegen La Furia Roja. Ja, da muss ich glaube ich nicht mehr sagen. Man unterlag dann, aber spektakulär. Ich glaube, 3-5 war es. Und Deal ist auch sehr stark reingekommen. Ich habe schon gesagt, packt sich schon die ersten Freistöße. Sias, eine bärenstarke Vorbereitung. Auch zwei Tore gegen Bilbao habe ich da genetzt. Und Stenzel hat überzeugt, schießt auch die Standards. Das sah auch cool aus. Wer raus ist, das ist Jong. Spielt womöglich gar keine Rolle mehr hinter Silas. Silas, Leveling und auch Deal. Da muss er sich hinten an der Kasse anstellen. Offensivwechsler Nummer 4 aktuell gegen Leverkusen. Nicht mal im Kader. Aber wer im Kader ist, das ist natürlich die Top-11. Die verändert sich heute ein bisschen spektakulär. Aber ich sage, Abfahrt, Regie, gib mir mal die Top-11. Teil 4, Top-11. Ja, hier sollte eigentlich fast alles klar sein. Also hinten in der Kasse, da, in der Kasse, ja. Von mir aus zum Abkassieren ist er da. Nübel, hi. Du bist drin hinten. Dann rechter Verteidiger. Das ist zum Start erstmal Stenzel. Wagnumann macht aber Druck. Den sehen wir auch in der Top-11 vorne. Also perspektivisch, Wagnumann sollte das dann übernehmen. Der war nämlich jetzt kurz raus, auch mit einer Verletzung. Aber ist wohl nichts Schwerwiegendes und deswegen sollte der hoffentlich bald zurückkehren. Dann Ruho. Ja, das ist natürlich jetzt hier eine ganz bittere Meldung. Also die hat mich heute auch ein bisschen, ich habe den auch beim Manager spielen und wollte auch auf den bauen. Der ist erstmal raus. Da wissen wir auch noch nicht. Da gibt es schon die ersten Diagnosen. Mehrere Wochen habe ich hier gelesen. Ich gucke nochmal ganz kurz in den Artikel. Hoeneß verkündet längeren Ausfall von Ruho. Ja, das ist natürlich ein Downer hier für alle VfB-Fans. Gerade weil der natürlich auch die Vorbereitung gezockt hat. Und das ist hier schon wirklich ein kleines Downgrade. Er wird auch für die nächsten Spieler ausfallen. Okay. Also das müssen wir leider so erstmal hinnehmen als VfB-Fan. Hier kommen jetzt Ramon Hendricks. Könnte neu reinkommen. Oder Yannick Keitel. Ramon Hendricks, wie gesagt, von Rotterdam. Oder Keitel aus Freiburg. Hat er auch schon die ersten Minuten abgerissen. Also auch da ein spannender Spieler. Auch mit 24. Hendricks ist sogar 23. Also hier setzt man wieder auf das junge Schwäble. Schabot. Der Boss dann erstmal, glaube ich, links. Der wird dann wahrscheinlich noch mehr wegräumen. Der Türsteher hier. Und dann natürlich unser zweikampfstarker Mittelstedt. Auch er ist links gesetzt. Krätzig macht Druck. Hat auch schon einige Minuten gesammelt. Mittelstedt kam ja ein bisschen später. Aufgrund der Euro dazu. Cooles Duell hier sehen wir. Mittelstedt natürlich erstmal vorne. Ich würde mal sagen, so 80-20. Ja, Mittelstedt sollte dann aber auch perspektivisch Krätzig vielleicht. Wenn auch mit der Dreifachbelastung könnte Krätzig immer mal einen Shot haben auf die Startelf. Ist auf jeden Fall ein cooler Bursche. Und der wird hier entwickelt beim VfB mit einer coolen Laie. So, Silas über rechts. Hier könnte auch Mio reinrutschen. Mio kommt natürlich von Olympia. Da müssen wir jetzt erstmal sehen. Perspektiv sind wir Mio, aber da vorne gesetzt. Rechtsoffensiv. Touré wäre da auch nochmal ein spannender Mann. Wenn der kommt, auch der macht Druck. Könnte da das Offensivkonstrukt vorne ein bisschen durcheinander wirbeln. So, dann rechter Mittelfeldzentrum. Da haben wir Karaso, Neukapitän. Ist gesetzt. Genauso wie Youngking Stiller, der Mittelfeldchief. Auch er ist safe. Linke Zentras Mittelfeld. Macht so Spaß, der Junge. Unfassbar geil. Mag den richtig gerne. Und linke Seite Führig. Da waren ja auch die Gerüchte mit dem FC Bayern. Der bleibt jetzt aber und hat sich auch Mowgli ins Team geholt. Finde ich ganz spannend. Hier bei mir Hans Dampflik. Gruß geht raus. Führig über links. Und Undav ist vorne rechts am Start. Die beiden teuersten Neuzugänge. Rekordtransfers der Stuttgarter. Undav muss man sehen. Zum Start ist er schon ready. Da ist die alternative Leveling. Könnte auch reinrutschen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Oder sie machen 4-2-3-1. Holen da vielleicht sogar noch Mio raus. Könnte auch sein. Undav kam jetzt im Supercup nämlich auch erst rein. Ja, die Papiere wurden ja relativ spät erst da gezeichnet, unterzeichnet. Und von daher könnte er eventuell noch Rückstand haben. Genauso wie Mio. Hier könnte man wirklich würfeln. Hier Mirovic auch die Vorbereitung schön durchgezockt. Und auch schon das eine oder andere. Ah, ein Tor hat er auf jeden Fall gemacht. Das habe ich gesehen. Beim 4-0. Gegen Bilbao. So, und dann, äh, das war die Top-11. Und dann zeigen wir mal hier die Standardschützen. Auch das gucken wir uns einmal an. Äh, Freistoßflanke und die Ecke. Da ist Stilla am Start. Führig könnte auch mal einen treten. Äh, Freistoß generell Stilla-Undav. Auch die Direkten. Das ist Undav. Würde sich da, glaube ich, auch mal ans Leder setzen. Und der Elfmeter from Bosnia. Bratka-Uputza. Das ist Demirovic vom Punkt Undav und Mio. Sind da aber auch heiße Aktien. Und dann kommen wir mal zum Auftaktprogramm. Auftaktprogramm. Haben wir da heiße Aktien? Teil 5. Auftaktprogramm. Man startet gegen Freiburg. Das sehe ich jetzt tatsächlich auch mit der Wackelinverteidigung. Bisschen, also ein bisschen neu formiert. Ich sage hier mal unentschieden. Äh, gehe ich mit dem unentschieden Mainz. Dann hat man das Pokalspiel auch noch vorher. Ist dann, äh, zu Hause gegen Mainz am Start. Auch das ist ein bisschen tricky. Ich gehe hier aber mal mit einem, ähm, Schwabensieg. Drei Punkte. Gladbach auswärts. Auch das währt heftig. Das könnte auch ein Unentschieden werden. Dann sind wir so bei 5 Punkten. BVB, sage ich, äh, Niederlage. Tatsächlich. Und dann Wolfsburg am Ende. Dann bist du mit 8 Punkten. Ist eher tatsächlich Mittelfeldkurs. Und damit rein ins Fazit. Teil 6. Fazit und Prognose. Nice. Und, äh, Mittelfeldmaschine rollt. Finde ich richtig cool, dass sie da Karasor auch jetzt als Kapitän announced haben. Hätte sich Stiller definitiv auch verdient. Aber, ähm, Karasor nochmal vielleicht ein Tick älter. Bisschen erfahrener Stiller da. Aber auch genau so ein heimlicher Kapitän wie, äh, der offizielle Mann. Äh, finde ich richtig cool. Das läuft hier das Zentrum. Auch das Herzstück vom VfB. Dann haben sie ein starkes Offensivquartett. Äh, plus vielleicht sogar Touré plus Silas. Ähm, auch hier Offensive. Auch die rollt beim VfB. Und der Talentschub, habe ich euch erzählt. Der ist voll, äh, richtig spannend. Kann man hier einige neue Stars vielleicht ausbilden. Ähm, finde ich richtig spektakulär. Äh, gerade auch so ein Justin Diehl, Franz Kretzig, Volte Made. Wollen alle den nächsten Schritt gehen. Und beim VfB kriegen sie auf jeden Fall da die Chance dazu. Äh, paar Downer habe ich hier. Problemzonen könnte werden die Champions-League-Belastung. Viele Spieler haben das auch noch nicht gespielt. Auf der Ebene, äh, nennt mir mal einen in den Kommentaren, wer vom VfB schon Champions-League-Erfahrung hat. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall hier, das ist eine Belastung. Auch da musst du dann auch immer frisch bleiben und, ähm, auch den Fokus halt immer gut shiften. Das ist, wie gesehen, bei Dortmund letztes Jahr, wo dann Champions-League-Finale war. Und Liga dann aber auch doch nur dann Platz 5. Wie gut ist die neue IV? Auch das ist spannend jetzt, äh, aber auch das ist jetzt eine richtige Problemzone geworden. Jetzt mit dem, äh, Spontanausfall hier bei Ruho. Der war ja immer mal angeschlagen. Aber jetzt die offizielle Diagnose. Wie schnell findet dann Ramon Hendricks slash Keitel in die Spur? Also, da muss man schnell Stabilität finden, auch jetzt im Hinblick auf die ersten Champions-League-Spiele. Und dann habe ich noch Müdigkeit. Ja, das wird, ne, ne, das war ein heftiges Jahr letztes Jahr. Da hat einfach alles funktioniert. Und, ähm, na klar, hast du auch krasse Abgänge gehabt mit Gerasi. Und auch mit Anton Ito. Und jetzt wird einfach spannend zu sehen sein. Ich würde sagen, Müdigkeit ist ein Punkt auf jeden Fall. Dadurch, dass man aber auch gut, gute Breite hat, ähm, hat man da irgendwie auch noch so eine, so ein frischer Duft von Persil irgendwie doch noch auch im Team. Von daher ist das hier auch wieder eigentlich ein positives Zeichen in der Problemzone. Und dann komme ich zu meinem Club-Rating. Top 11 gebe ich vier Sterne. Könnte man sogar fast dreieinhalb machen mit Ruho-Ausfall. Das ist jetzt ein bisschen Wackel, Dackel auch da hinten. Trainer gebe ich fünf. Hoeneß, absoluter Fuchs. Und auch da installiert mit dem Young King in Mittelfeld. Young Kings, muss man sagen. Richtig spannend. Kader gebe ich vier. Ich finde, da wurde gut in die Breite investiert. Anton und Gerasi. Ito ist ein heftiges Niveau, was man da abgibt. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie Demirovic da in die Spur findet. Und auch ein Chabot slash, ja, Ruho, beziehungsweise Hendricks, wie da die neuen Jungs klappen. Kaderbreite ist aber solide. Gefällt mir da sehr, sehr gut. Und der Verein gebe ich fünf. Ja, Stuttgart ist euphorisiert. Champions League geht es mal wieder. Ähm, das ist auch lange her. Und generell, geiler Club. Geile Fans auch. Und auch einfach die Entwicklung. Du hast da irgendwie Relegation gespielt. Und jetzt stehst du da und bekommst die Champions League Kümel auf die Brust. Also, richtig, richtig geil. Und damit gehe ich mal auf meine Endtabellenprognose. Ich sag, es wird ein hartes Jahr. Ja, es könnte auch vielleicht einen Tick runtergehen. Aber ich sag mal, Platz fünf. Mein Game Changer, das muss er hier sein. Angelo Stiller, den haben wir jetzt aber durch die ganze, den hab ich ja durch die ganze Analyse hier gehypt. Ja, Young King hab ich da jetzt, glaube ich, auch 30 Mal gesagt. Dann sag ich mal, er ist der kleine König. Äh, gibt dem mal noch zwei, drei, vier Jahre. Dann ist er auch der Chef im DFB-Nazio-Zentrum. Ähm, richtig geiler Typ, feier ich ganz doll. Er ist die absolute Passmaschine. Hat da super Werte. Also, einmal die angekommenen Pässe, dann die Passfrequenz. Also, ganz, ganz sicher. Auch da nochmal eine Schippe drüber über Palinja, den wir hier auch schon mal hatten. Und, ähm, Verbindung mit Hoeneß hab ich da. Das, das ist einfach hier. Das ist einfach hier, die passen zusammen, äh, darf ich das sagen, Arsch auf Eimer. Dann ist es so, äh, das ist einfach eine perfekte Kombination. Und er ist irgendwie, du, man hat ja, man hat ja, man kennt vielleicht aus dem Jugendbereich so einen Spielertrainer. Und irgendwie ist das hier so eine Art Spielertrainer, passt ja irgendwie da auch. Und die haben einfach so eine geile Achse. Er ist quasi immer zugeschaltet. Er ist der Mann irgendwie auf dem Feld. Und hat dann noch irgendwie eine kleine Anweisung für Kapitän, der ihm dann wieder eine Anweisung gibt. Kara so, finde das ist hier eine coole Schaltzentrale. Gefällt mir richtig geil. Angelo Stiller, mein Mann. Und er geht auch den nächsten Step in Stuttgart. Ja, ihr Lieben, das waren die Teamchecks. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr so diesen Style fandet. Äh, war auf jeden Fall hier eine Schippe Arbeit. Kann man wirklich sagen, ähm, also wirklich Redaktion. Jeden Tag haben wir uns hier beraten, zugeschaltet, mit Experten, Insidern ausgetauscht. Hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe euch auch. Schreibt mir da mal euer Feedback. Ich hab da schon, ein oder anderen hab ich auch schon, auf jeden Fall schon mal gelesen. Aber, ähm, interessiert uns auf jeden Fall, um dann uns auch entsprechend so auch auszurichten. Dann bleibt mir nichts zu sagen, außer Insider-Pics. Haben wir wie gehabt in den Shownotes. Schaut da mal rein. Und dann würde ich sagen, an alle Stuttgart-Fans, ne, geht mal in die Kurve, feuert die Jungs mal an. Da, richtig gut. Gestern hast du den Leuten gesagt, dass du hier auch noch die Playlist mit allen Teamchecks einblendest. Und den letzten Teamcheck von Dortmund auch. Würde ich auf jeden Fall machen. Das Krokodil Fritzl ist auf jeden Fall heiß. Und, ähm, ja, damit verabschiede ich mich hier mal von den Teamchecks. Wünsche euch einen richtig, richtig geilen Tag. Und, äh, ich bringe hier nochmal unser geiles Intro, Outro. Ich bin raus. Lawine. Let's da go. Stugi. Was los? Tschi. Wir kommen wie ne Lawine. VfB für die Ewigkeit. Keiner kann nur Sorgen sind für immer bereit. Wir kommen wie ne Lawine. Wir kommen wie ne Lawine. Wir kommen wie ne Lawine. Wir kommen wie ne Lawine.